So guten Tag und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part Gex Enter the gecko Und ja Wieder ein Jakobden Und ja Und ja Ich glaube ich erinnere mich sogar noch daran Ja Aber an die Melodie nicht mehr Ich bin perfekt Ja, I'm the Puff Das Level gefällt mir doch schon mal Mein erster Auslauf Ich habe immer keine Flamme mehr hinaus Was ist das? Ach so Ich frage mich welches Projekt ich in Anspruch Ich weiß nicht, wie man sollte, wenn wir schon wieder uns haben Hä? Was? Mit hier? Ach so Ja, okay Wir sind zu langsamer gewesen Oh, dass sich mit der Zunge da fest Wir werden den Ancient Chinese des Hornets oder Golders Plan Let's get him, my kid Und noch mehr geht noch Noch mehr geht noch Nimm den So Nimm den Was war das denn jetzt bitte? Geronimo Ja Geronimo Decks Alter, das ist das Spiel im Wacken im Schweigertag Ja Na klar Komm wir holen uns das Spiel Jetzt haben wir wieder 30 Tja wir haben noch ein Ende Freunde Ich freue mich übelst für euch ein paar Parts zu drehen Oh 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 Wäh König Oh nä Wir Äh Berühre, berühre, berühre. Geht doch, also nicht eben so. Eigentlich ist das voll schnell, also relativ schnell, wenn man diese Dinger sammeln kann. Was war das denn, bitteschön? No Sprinting. Scheiße. Ah, no Sprinting. Was war das denn, bitteschön? Ja, komm. Geht's wohl für kühl sein, aber er hat's nicht hinbekommen. Was war das denn, bitteschön? 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 Ich bin wütend. Ich bin wütend. Was war das denn, bitteschön? Was war das denn, bitteschön? Und der Gang erläutert. Ein drittes oder viertes Gang? Was war das denn, bitteschön? 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 Okay, das war knapp. Bitteschön, 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 bitteschön. So, eine Lassie, bis auf die Fläche. Und wir haben ein bisschen zu... Warte, Moment. Okay, gut, dass wir das ausprobiert haben. Die Schalter mit euch nämlich, da kriegen wir nämlich die anderen Schalter. Und die kriegen wir nur, indem wir die anderen Schalter aktivieren. Oder, ja, was heißt Schalter? Gongs. Oh, fein hat er jetzt. Oh, fein hat er jetzt. Ah, bin ich gespannt. Ah, okay. Er verteidigt jetzt schon etwas. Wir müssen bestimmt wieder rein. Und das muss mich auch interessieren würde. Wie kommt man da? Wie kommt man da? Gibt es hier was? Ah, was? Wie kommt man da? Wie kommt man da? Wie kommt man da? Wie kommt man da? Ich bin zu klein. Wie kommt man da? Wie kommt man den? Meine Güte. Das war knapp. Ich hab schon gesehen, dass der abstürzt. I love an... Vielleicht, dass du mit dem Zerven heute spielst. Nein. Hab ich damals fest, dass ich mit dem Spielen habe? Nein. Nein. Ja. Ohne wenn und aber. Ah ja. Ja. Na ja. 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 Warte! Ich achte gar nicht auf den Hintergrund irgendwie. Wenn man sich den so anguckt... Was sind wir da? Was sind wir da? Ich steig doch nicht. Ey. Goodbye, Misty. Na ja, goodbye, Misty. Ich verstehe. Ich verstehe. Mach dich lustig über mich. Aber du bist derjenige, der eigentlich schlugfeldt. Ich schlug. Soll ich mir nochmal runterfallen, werde ich das pausieren. Hat ja Schick. Du bist da hinten. Du bist da hinten. Oh, was ist das? Es schleppert für die Tat. Die scheisse Zunge. Auf der Pante nach unten. Ich möchte mich darauf hin. Scheisse Zunge aber ich tue. Densten von der Zunge einfach so ein Aptschrift. Nein, nein. Die werden wir nicht getroffen. Ah? Nein, nein. Okay, Freunde. Ich werde das kurz pausieren. Bis gleich. So, wir haben es da rüber geschafft. Wir brauchen Zeit. Scheiße, die ganze Zeit da runter zu fallen. Ist ja echt so. Das ist so. Egal, jetzt nicht. Diese. Sicheln. Exce. Wir können das jetzt anhaben. Wir sind jetzt durchgegangen. Ja. Ja. Alter, wir sind zurückgegangen. Einen Moment, Leute. Ich pausiere das Spiel kurz. So, Leute. Hier sind wir wieder. Und diesmal gehe ich in richtigen Weg und muss zurück. Wir schicken. Oh, nein, wenn Sie einen Schweren nicht gutahen sind. Einen Schweren nicht so high. Einen Schweren nicht. Der Flut zu werden. Ist ja nicht so. Warte, Sie werden nicht das Auto. Das ist doch nicht so. Ich halte sie ein Bruder. Haha, nee, wir sind sogar den richtigen Weg gegangen. Komm her. Sorry, Mann. Also... Ne, bleiben die offen? Wenn ja, dann können wir direkt die nächste Pärmedinung machen. Das will dann auch noch was schneller gehen. Und wir gehen... Ja, oder? Sollen wir kurz in diesen komischen Tempel da rein? Ich denke schon, dass wir das tun sollten. Komm, speicher schneller. Ich will das schnell sehen. Nein, das habe ich damals nicht gemacht. Ich habe nämlich die Levels meistens ausgelassen. Ich habe dann nur geguckt, dass man halt die gewisse Anzahl anhand. Oh Gott, oh Gott. Habt ihr das gesehen? Ja... Ich gehe mal kurz in den Tempel da rein. Ich wollte ja bestimmt auch was sehen. Denk bestimmt auch für Irrus hier drüben. Ich gehe mal kurz in den Tempel. Okay... Hier ist auch Fenyx. Ist das schrecklich ist? Dann kann ich noch nicht mal sehen? Ja, hier sind Fenyx. Wir sind mit der CS und zurbring. Wir werden ja lachen, ich glaube, wir haben das schon mal gehört. Ich habe es nicht einschneiden. Ich habe seitdem wir das Leben gefordert. Aber skirtere nicht mehr Zeit wird. Jaaa Das passt gut Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht spielt? Wer verloren? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Nein, da hält er sich nicht mit der Zunge fest Gex ist ziemlich Jaa, ein nerviges Spiel Der hat selbst Ja ok Frash kann es bisher noch nicht überbauen Frash, äh 1 Frash benötigt Cut my knives I can't This is wrong now Das war knapp Das ging es alles von groß Wenn ich alle Schwierigkeiten habe für die Kinder zu groß Das ist sicher einfach Er ist Panky more with it Was ist das denn? Tier? Ey Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich echt verarschen Leute, ich spiel bis dahin Bis gleich So Leute, da sind wir wieder Wie ihr seht Ich hab's geschafft Und diesmal bin ich da nicht runtergefallen Dinge, die ich mache Für Ja, ich bin noch einige Male dabei draufgegangen Ich versuch' mal wieder hinzukommen Was ist das denn? Das ist ja noch schwer und so ist Nein, nein, lass mich in Ruhe Oh Gott Ich sehe schon von mir, wir sterben Was ist das denn? Was ist das denn? Ja Dumm Dumm und kleine Fehler Ja Ja Ah ne, das ist ein Schraub Schraub Was ist das denn? Schraub Ja Ah, ah. Keiner. Okay Leute, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ein bisschen weg. Ich hoffe, wir können mal sehen. Wir haben hier. Jetzt können wir schon noch ein paar Gegner kommen. Nee. Einer bestimmt heute. Schon wieder zu jedem Kühl. Oh, der ist rausgefallen. Was jetzt? Okay. Nein, nein. Weg hier. Ding da. Das war so knapp. Ich glaube, das war quasi ein Tod und irgendwie das Level geschafft. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ja gut, das war's für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Daumen runter. Wie auch immer, muss ich halt nicht immer sagen. Ich hoffe, euch freut es selber so, dass ich das let's play. Bis zum nächsten Mal. Euer Misawa Jumper. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und wir haben ja wiederCom法.